Hallo, wir sind beim fünften Video von 3&5. Wieder geht es um Triole, allerdings fehlt jetzt der zweite Schlag bei der ersten und dritten Triole und dadurch erzeugt sich wieder ein besonderer Klang und hier müssen wir mit der rechten Hand die Snare ausführen. Ich spiele euch das vor. Ich schalte um. Das war der erste Rhythmus, der zweite Rhythmus und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal.